Nun ist es offiziell. Der FC Bayern verpflichtet Dayo Upamecano. Mein Name ist Jeko und das ist euer Daily News Update auf FCB Insight. Der FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen intensiv mit einer Verpflichtung von Dayo Upamecano von RB Leipzig in Verbindung gebracht. Sportvorstand Hasan Salihamecik hat den Wechsel am Freitag offiziell bestätigt. Demnach erhält der Innenverteidiger einen 5-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2026 beim deutschen Rekordmeister. Das ist korrekt. Upamecano wird in den kommenden 5 Jahren für den FC Bayern spielen. Wir freuen uns sehr. Wir haben über viele Monate sehr gute und intensive Gespräche mit Dayo und seinem Berater geführt. Laut Salihamecik haben die Münchner den Innenverteidiger mit ihrem Konzept am Ende überzeugt und sich gegen die beiden englischen Top-Klubs FC Chelsea und den FC Liverpool durchgesetzt. Upamecano kann Leipzig am Ende der Saison dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro vorzeitig verlassen und wird in München die Nachfolge von David Alaba antreten. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.